Seit ihrem ersten Erscheinen an multiplen Orten des Ursprungs, Max Benzes Nachtwache in Stuttgarter Großrechenanlagen, Fricklerkellern, Schlafzimmerateliers, verfolgt die Produkte digitaler Dichtung eine hartnäckige Frage. Nämlich, ob sie zum Anschauen da sind oder zum Lesen. Ihre Herkunft aus der Konzeptkunst entsprechend rekodieren viele Arbeiten, die heute mit diesem Label getaggt werden, Textmaterial auf eine Weise, dass am Ende ein Fuck-You-Close-Reading dabei rauskommt. Nick Thurstons Vom-Unterauftrag ist kein solches Buch. Man sollte es lesen, auch wenn die Lektüre-Erfahrung sich mit der herkömmlichen Dichtung eher nicht vergleichen lässt. Die Kollektivsubjektivität, die sich in den darin versammelten Texten ausdrückt, ist die einer global verstreuten, anonymen Workforce des Amazon-Dienstes Mechanical Turk im folgenden AMT. Einer Plattform, auf dem AuftraggeberInnen, AuftragnehmerInnen anheuern können, um kleine Text- und IT-Aufgaben zu erledigen, die keine weitere Eigenschaft mitten erteilen als die, dass sie allein von maschinischer Intelligenz noch nicht geleistet werden können. Amazon nennt die angebotene Ware eine Artificial-Artificial-Intelligence. Vom Unterauftrag besteht aus 100 Gedichten, die Thurston für Cent-Beträge von AMT-MitarbeiterInnen hat verfassen lassen. Die deutschsprachige Version ist das durch Google Translate gejagte, unkorrigierte Ergebnis. Liest man von 1 bis 100, wird man mit einer erstaunlichen stilistischen Heterogenität konfrontiert, wenn auch eine starke bildliche Dominanz der Variablen, Paarbeziehung, sentimentale Introspektion, Natur zu konstatieren ist. Ebenso wiederkehrend, für mich noch wichtiger, ist aber die Heimsuchung der Sprachen des Unterauftrags durch dessen Produktionsprozess. So meldet sich immer wieder die erfolgssichere Stimme des unternehmerischen Selbst zu Wort, die Translate auch ganz gut hinbekommt. Meine Leidenschaft ist das Geschäft, mein Titel ist Unternehmer. Ich liebe, was ich tue, welches ist mehr als die meisten? Negativ korrespondierend, noch dominanter artikuliert sich widerständiges Dichten und Sprechen, das sich Thurstens Auftrag höhnisch, ironisch oder resignierend kommentierend im Konzert der Stimmen äußert und ihre Ausnutzung reflektiert. In der folgenden Zeile des Gedichts Türke fügt Translate dem Saks der Originalzeile durch Übersetzung eine passend vampirische Dimension hinzu. Ich werde kaum bezahlt und die Stunden saugen, also gib mir einen verdammten Dollar. Während der Sinn der Auftragsdichtungen, die die UnterauftragnehmerInnen produziert haben, in der Regel sofort verständlich ist, zerschießt Google Translate deren Syntax und Semantik zuverlässig. Zu einem schönen Effekt dieses Prozesses möchte ich mit Verweis auf die erfreuliche Zerrung einiger Tropen zu sprechen kommen, die die Übersetzung eines titellosen Textes zum Preis 70 Cent ergibt. Die Libelle erhob sich zum extremen Himmel, als hätte es beschlossen, den neuen Tag zu machen, um die Stimme gegen die Fremden neu zu erheben, die Missbildungen der wenigen Exzentriker zum Absturz zu bringen. Am extremen Himmel also arbeitet die Libelle wie die bösen Engel aus Hans-Arps-Dichtung an der Befreiung einiger Exzentriker, deren Missbildungen sich dort als Gestirn aufzuspannen scheinen. Das Verfahrensunkundigen LeserInnen von Gegenwartsdichtung käme die deutsche Version der Gedichte auf den ersten Blick wohl zeitgenössischer vor als ihre englischen Vorlagen, also kaum Reime, pluralisierte Semantik, scheinbar performatives Ausstellen von Sprachmaterial. Ein daran geschultes Lesen allerdings liefe ins Leere, denn es ist hier kein zigfach kodierter Sinn versteckt, den eine findige Hermeneutik entschlüsseln könnte. Auch wenn die Fremde-Google-Translates ein Ausstellen des Materials bewerkstelligt, ist Material hier weniger ein Verweis auf das linguistische Fundament semantischen Ausdrucks und eher wie in Materialismus Verweis auf die ökonomische Struktur, die den Unterauftrag ermöglicht. Die Abhängigkeit des Textes von einer zutiefst ungerechten globalen Arbeitsteilung reflektiert Translate mit seiner Übersetzung von »Ein Gedicht, das du nicht geschrieben hast«, Indem es in der dritten Strophe »Reime sind nicht frei, aber sie fallen mir leicht« übersetzt und dort den offensichtlichen Kandidaten kostenlos für die Übersetzung des Wortes »free« kontextuell verfehlt, unterstreicht das Übersetzungsprogramm das Hauptthema des Buches. In zweifacher Hinsicht wird Thurston et al.'s Buch damit zu einer Form der Post-Internet-Poetry, ohne dabei einen ästhetischen Schwerpunkt auf ein neues iOS-Interface oder Emoji-Alphabet zu legen. Zum einen wird die Immaterialität die idealistischen Beschreibungen des Netzes bis heute glitzern lässt, von der Realität einer in jeden Hinsicht materiellen, globalen Infrastruktur, zu der alle Leitungen, Server und Körper gehören, die Thurston im Unterauftrag zusammenschließt, gekontert. Das widerwärtige Amazon-Wort einer »Artificial Artificial Intelligence« ist zum anderen Hinweis auf die verborgene Vorbedingung des vom Anbieter als ubiquitär verfügbar, flexibel abrufbar beworbenen Produkts, nämlich der Präsenz- und Arbeitskraft der ausgebeuteten AMT-Angestellten. Durch die nervöse und repetitive Vielstimmigkeit jener dichtenden ArbeiterInnen sowie die konsequente Durchführung der Thurston'schen Konzeptmethode zu solcher Art Reflexion über die Existenzbedingungen des Gelesenen gebracht zu werden, ist das, was am besten funktioniert, an vom Unterauftrag. Die Arbeit ist allerdings nicht die erste, die die schmerzhafte Erfahrung der Implikation ihrer RezipientInnen in die letzte Version eines zerstörerischen digitalen Kapitalismus durch eine künstlerische Appropriation von AMT thematisiert. Vielmehr sind solche Verfahren, wie Darren Wollstein im Nachwort richtig bemerkt, mittlerweile zu einer Kompositionsübung konzeptuellen Schreibens geworden, die genauso schnell ge-crowdfundet wie abgenickt wird. Auch wenn einige der AutorInnen des Textes und nicht zuletzt dessen Remix-Übersetzung schon affektive Störfeuer und berührende Mikropoesien produzieren, ist die gesamte Arbeit noch stark von der formalistischen Konzept-Lit-Geste einer steuernden, distanzbehaftenden Autorenposition geprägt. Inwiefern wäre Thurston's Verfahren in ein postkonzeptuelles Feld zu überführen, in dem die Sauberkeit der Geste schmutzig, die behauptete Distanz minimiert wäre? Könnte es einen kontrollierten Schritt mehr in Richtung des Potenzials bedeuten, dass die Kontingenzlibelle unter den extremen Himmel malt? Das war's für heute, dass die Konzept-Lit-Geste schmutzig ist.